Willkommen zu einem neuen Kartentrick. Hierfür willst du dir erstmal bitte eine Karte aus, eine beliebige. Du hast sie dir hoffentlich gut eingeprägt. Und jetzt pass mal auf. Sie kommt hier wieder ins Kartenspiel. Und jetzt machen wir einfach mal folgendes. Wir können es auch nochmal abheben oder so. Auf jeden Fall nennst du mir jetzt bitte irgendeine Zahl, die dir spontan einfällt. Sieben. Dann zählen wir ab. Eins, zwei, ups. Auf jeden Fall, das war die erste Karte. Das war die zweite Karte. Dann kommt drei, vier, fünf, sechs. Und das hier ist die siebte Karte. Und wir gucken. Und die siebte Karte ist deine Karte. Denn wie du siehst, haben wir hier wirklich nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Karten auf dem Spiel. Und die siebte Karte ist deine Karte, hoffe ich mal. Das war der Kartentrick. Bis zum nächsten Mal. Dein Magic Erik. Ciao. Bis zum nächsten Mal.